Hallo, ich bin Beate Knappel, Porträtfotografin in Düsseldorf und dies ist mein YouTube-Kanal. Hier zeige ich Beispiele meiner Arbeiten, bewerbe bestimmte Aktionen und seit neuestem gibt es hier auch Videos, in denen ich Fragen zum Thema Fotografie beantworte. Der Hintergrund ist mein freitags um 12 Uhr auf Facebook stattfindender Live-Chat, in dem ich Fragen von Zuschauern beantworte. Die können mir entweder vorher gestellt werden oder während des Live-Shits. Also, ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden und immer wieder mal nachsehen, ob ich Ihnen etwas Interessantes zu erzählen habe. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag.